Hallo, servo, 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 willkommen in so einer ähre folgen, ARK, wir sind dabei gerade gewesen, äh, ein paar Sachen zu fragen, für unsere, für unsere Sachen, ich weiß nicht, wir sind immer noch gerade bei der ersten Aufnahmesession, Jörn, du musst sie schnell aufnehmen, genau, ähm, und ich wollte euch fragen, ob wir vielleicht gegebenenfalls, ähm, gucken, dass wir unsere, unsere, äh, hier, die Sachen, die wir rauskriegen, ob wir die erhöhen, vielleicht mal, keine Ahnung, mal drei, mal vier, könnten wir, ja, wenn wir ein bisschen schneller vorankommen, weil, es ist ein bisschen blöd, wenn wir die ganze Zeit nur, äh, in der Folge kommen, oh, oh, Tops, ich glaube, es wird Nacht, oder? Sicher? Ich denke, aber wir haben eine Fackel im Haus, ich weiß nicht, wie man die anzüttet, aber wir haben eine Fackel, warte kurz, ach, so ein Cheatcode, ah, da ist noch ein Cheatcode, nein, es war kein, nein, es war kein, ah, das ist, alles ist geplant, Wir haben Göttern gebetet und es hat funktioniert, genau, es wurde Tag, ich glaube, das Skorpion ist die Spawn, ah, du drohst zu verdursten, was? Äh, du musst einfach zum Wasser gehen und was trinken, einfach hingehen und Ehe drücken, Ah, okay, ah, ja, nee, ist es nicht da, okay, ähm, Jörn? Ja? Ja, wir brauchen wieder Flash, Tops, ich hacke schon. Ich brauche Holz, ich brauche Holz, Jörn, ich muss mir Holz geben, Jörn, ich brauche Holz. Ich muss erst mal hacken, Tops, man kriegt ja richtig viel hier. Ich brauche Holz, Jörn, ich brauche Holz, ich brauche Holz, ich brauche Holz, ich brauche Holz. Wie viel Postum, wie viel Postum. Ich gebe mir einfach alles, was du hörst, damit ich mir Steiner dementsprechend Steintools machen kann. Danke, jetzt gib mir dein Essensgeld. Gib mir dein Essensgeld. Das war's Essensgeld. Nein, Tops, hör auf, jetzt nicht. Ich will nicht sterben, komm, wir haben immer noch keinen Schlauchstag, komm, hör auf, komm, hör auf, Tops, Tops, hör auf, komm. Komm, Tops, das ist nicht witzig. Ich habe kein Essensgeld. Ich kann nur einen Raptor herlocken, sonst kann ich nichts machen. Also, ich mache die Steine kaputt. Du hast gekackt. Ich habe gekackt. Nein, er steht da bei mir. Achso, Jörn hat gekackt. Okay, Leute, ich möchte einmal bitte einen Fanart sehen, wie Jörn sich in die Hose kackt. Nein. Ich möchte den Fanart sehen, wie Tops ein Speer im Gesicht hat. Nicht ich. Nein, ihr müsst bitte einen Fanart von der letzten Folge machen, wo ich Jörn... ...den kleinen, dicken Jörn mit einem Speer durchfohlen. Ich kann mich... ...so, als ob irgendwie so... ...zu schwer beladen. Ja, Steine wiegen übelst halt viel und Holz. Das musst du wissen. Du hast doch... Rechts hast du so ein Symbol, das kannst du sehen. Warte mal, hier so... ...dick... Ich kann mich nicht überwegen, weißt du. Jörn ist so schwer. Er kann nicht mehr in Ordnung, ordentlich laufen. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich wäre für das Hachmennetzwerk. Wo bist du denn? Bei Bäumen, bei Bäumen. Bei welchen Bäumen, hä? Ich hätte jetzt einfach alles, was ich habe. Ja, aber ich freue mich schon. Wollen wir vielleicht bei dem Baum hier oben... ...wollen wir uns das hier als Startareal hier aussuchen? Ja, ich kann mich wieder leicht bewegen, Tops. Okay. Ich craft mal Sachen. Ja, craft einfach mal Sachen, mit denen du... Ich brauche doch Stroh. Woher kriege ich Stroh? Ich glaube, da muss ich normal nur hacken. Ich habe... Ne, 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 ne. Warte, warte, warte. Du kriegst mehr Stroh, wenn du eine Spitzhacke hast. Das ist nämlich... Mit Axt... Mit einer Axt kriegst du... Äh... Holz? Ja, ich habe 100 Holz. Gib her. Ich brauche nur Stroh. Dann kann ich, äh, unser Haus komplett upgraden. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, jetzt brauche ich nochmal craften. Hä? Ich habe immer noch zu wenig Stroh... Ne, warte. Hä, dann kann ich das nicht craften. Ne, wir brauchen Fasern. Das ist doch Fasern. Äh, Fasern habe ich glaube auch noch, oder? Fasern kriegst du eigentlich über... Ja, ich habe übelst viele Fasern. Hier, Julian, hast du Fasern. Fasern. Jetzt brauche ich noch Stroh. Jön, ich habe dir schon Stroh gegeben. Ich brauche nochmal, ich brauche nochmal. Geh, geh fahren, Mann. Ach, Julian. Dann bau du jetzt erstmal weiter. Ja, 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 warte. Ich habe gerade einen Schrecken gekriegt. Ich habe gedacht... Oh, nee, ist das schon wieder ein Drecks... Äh... ...Holzkrieger, damit ich... ...Holzkrieger aus der Entfernung... Irgendwie müssen gucken, dass wir uns einfach Bögen machen. Ich glaube, wenn wir Bögen haben, dann haben wir auch keine Sorgen mehr. Boah, genau. Einen Stroh, Tops. Ich muss jetzt was wegwerfen. Ne, ich komme jetzt schon. Ich habe Zeug, Julian. Ich habe Zeug, Quadramia. Aber oh, ich habe irgendeinen falschen Pilz gegessen. Ich glaube, ich sterbe. Echt? Konsumgut ist da gestanden. Äh, ja, Julian, du darfst doch nicht einfach alles essen. Du musst mal lesen, was da steht. Also unten in Cooldown. Grüner Edelstein. Leute, diese... Ich habe das Gefühl, diese Erdbeben sind OP, oder? Kann das sein? Dass diese Erdbeben OP sind... Okay, es ist wieder gut. Nee, es war wirklich gut, Tops. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich bin jetzt alles voll. Der Pilz war richtig gut. Echt? Der war gut? Ich bin voll, voll, voll. Dann kannst du mal die ganzen Steine hier nehmen. Ist das das seltene Pilz gewesen, oder wie? Ja, ja, ja. Das ist richtig gut. Ich habe schon gesagt, eine Leichtbenommenheit. Es wäre gefährlich, ihn zu essen, aber... Ah, okay. Hier kannst du jetzt Steine nehmen, kannst du die Steine nehmen. Ah, pass auf. Oder lass dich erst mal liegen. Du kannst dich doch fast genau... Alter, okay. Du kannst das auch spielen, das weißt du schon. Ich bin ja auch alles gerade so orange irgendwie. Ja, ich glaube schon. Das ist wegen der Sonne, glaube ich. Okay, okay, ich dachte, das wäre wegen dem Pilz. Ja, Johann, wegen dem Pilz. Ja, das habe ich doch gesagt. Mein Axe ist kaputt. Echt? Die Bruder ist Flash. Ey, das ist ja wirklich winzig. Ich glaube, Björn, wir müssen wirklich mal die Ressourcen ein bisschen hochstellen, weil es ist wirklich wenig, dass wir hier rauskriegen, oder? Ja, ja. Okay. Björn, hast du jetzt da genügend Zeug? Eieiei. Ich weiß, ich repariere die kurz. Solche Kiste? Ich mache erst mal eine Kiste, oder? Ja. Ich kann noch was craften. Echt? Es gibt zwei verschiedene Dings. Es gibt zwei verschiedene Plattformen. Eine Plattform, die wie es die... Und eine, die so komplett das Stroh runtergeht. Äh... Okay. Äh... Soll ich mal, dass das Stroh runtergeht? Du kannst im Prinzip gleich viel. Mal die normale. So. Mach, was du für richtig hältst. Äh... Oh, und eine Box habe ich jetzt. Beep-ba-ba-ba-da-boop. 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 I'm the Scatman. So, Tops. Nein, Tops auf. Mit der Box, Tops. Dann kannst du Sachen reinlegen. Sachen reinlegen? Sachen reinlegen! Oh, Sachen reinlegen. Jo, Sachen. Sachen reinlegen. Warte, kann ich das irgendwie so? Hallo. Einfach alles reinlegen. So, zack. Hier. Ich habe übelst viele von diesen Diamanten auf... Äh, diesen Edelsteinen aufgehoben. Das Teil habe ich auch ein bisschen. So, ist unsere Plattform fliegt ein bisschen. Aber pssch, 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 das sieht keiner. Äh... Ja, ja, ich weiß nicht. Wir möchten... So, schau mal, schau mal. Ja, ja. Lass das gleich umstellen. Schau mal, warte noch kurz. Hier ist eine Fackel in der Ecke. Kannst du die irgendwie anzünden? Äh... Ja, man kann die, glaub... Inventar öffnen. Du musst die ja mit Feuerholz... Du musst die mit Holz bedingen, und dann kannst du die anzünden. Lol. Lass das in der Nacht. Lass das in... Es wird schon Nacht, gell? Wird schon Nacht? Oje. Lass doch schnell umstellen hier. Wir stellen kurz um, dass hier die Materialien... Äh... Das wäre besser gewesen. Ja, wir stellen uns kurz um. Wir sind gleich heute da. Ja, ja, ja. Bis gleich. Da sind wir jetzt mal umgestellt, und dann haben wir auch Tag gemacht, weil, äh... In der Nacht ist es ein bisschen dunkel. Ich wollte das nicht unbedingt so, alles so in der Nacht zeigen, weil, also, in der Nacht... Es sieht zwar cool aus, aber es ist ein bisschen dunkel, weil YouTube ist alles dunkler, deswegen... Ja, es ist ein bisschen dumm hier. Ähm... Ja, wir haben jetzt einfach mal die Multiplikator mal drei gestellt. Ich hoffe, das funktioniert so. Äh, warte... Müssen wir eigentlich... Oh, eigentlich jetzt... Jetzt muss ich kurz testen, warte mal. Jetzt muss ich mal testen, kriegt man mehr Stein raus? Hast du noch eine Axt, oder kannst du noch eine Axt craften, oder so? Ich glaube, man kriegt ein bisschen mehr, man kriegt mehr raus. Ja, nice, man kriegt mehr raus, man kriegt... Äh, nee, ich hab keine Axt. Äh, warte mal, das geht mir eigentlich. Ich brauche ein Holz und drei Stroh. Hast du ein Holz und drei Stroh? Ich brauche... Ich brauche noch Stroh, kacke. Ich brauche unbedingt vier Stroh. Ich brauche dreier Stroh. Wir brauchen alle Stroh. Da vorne rennt halt ein Ding. Hier ist noch ein bisschen Holz. Ein paar Bäume. Das ist mehr raus. Viel cooler. Ja, das geht halt. Das Ding ist nicht, ich glaube, man müsste eigentlich mal ein bisschen schneller vorankommen, weil... Ja, ja, ist langweilig. Ja, ist langweilig. Das ist jetzt alles, ja. Das ist einfach nur... Äh, ich kann meine Axt craften. Ich kann auch gleich in der Craften, oder so? Nee, nee, ich bin schon dabei, um mein eigenes Zeug zu machen. So, ich habe jetzt eine Axt. Das ist so angenehm. Ja, ja, ja. Man kriegt richtig viel. Weil das Ding ist halt, ich dachte mir, man kann es ja mal machen. Ist jetzt kein Verbrechen, wenn man es macht. Äh. Ich meine, wir kacken ja im Endeffekt niemanden außer uns selbst damit, aber... Das ist eigentlich noch eine Spitzhacke. War noch eine Spitzhacke? Wie viel Stroh hast du jetzt, Jörn? Äh, Stroh habe ich gerade nur 13, weil ich gerade erst die Spitzhacke gecraftet habe. Äh, ich habe 200. Was? Ja, weil du musst die Spitzhacke nehmen. Ja, ich habe... Holz habe ich auch schon richtig viel. Wie viel hast du? Aber ich bin gerade überladen. Äh, ich bin auch gleich überladen. Ein großer Streinbrocken. Kann ich irgendwie, äh... Leute, Alter, es ist bei mir so heiß, ich schwitze. Vielleicht sieht man das auch so ein bisschen. Oh, mei, bin mir nicht so. So. Wurde ja auch auf den Bergen. Da ist das ein bisschen frischer, weißt du. Nee, eigentlich, letzten Tag ist wirklich... war es wirklich ein bisschen frischer. Oh, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Wenn Jörn sagt, bei ihm war es ein bisschen frischer, dann heißt es, es ist eine Lawine runtergekommen und die ist jetzt in sein Zimmer reingefallen, weißt du. Und deswegen ist es ein bisschen frischer. Das hältst du immer Pilz zum Konsumgut. Was schmeiß ich weg? Fallen lassen. Achso, ich habe richtig viel Holz, deswegen. Fallen lassen oder kann... Ich könnte, glaube ich... Nee, kann ich nicht. Das soll das fallen. Jetzt kann ich wieder bewegen. Jetzt zeige ich wieder mit der... Junge, was hat der denn für Probleme? Was soll der denn alles so... Ich brauche noch Fasern, Tops. Ich sammle noch Fasern jetzt. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Das ist, um Heiz zu verlieren. Aber du wärst dabei durstig. So, wir brauchen Fasern. Fasern, 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 Fasern. Maschur-Beere, ihr verbessert jedes Gesicht. Fasern. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir mal ein paar Viecher töten, damit wir dementsprechend Zeug kriegen. Na, warte mal. Kann ich mir jetzt eine... Ich kann mir eine Sperre machen. Ich kann mir eine Axt machen. Das ist einfach geil. Okay, Team-To-Beere, irgendwas Beere. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Warte mal, ich glaube, ich kann auch ein paar Sachen für das Bauen erlernen oder so. Warte, ich habe hier... Ich habe hier sehr viele Punkte. Wo sind die Fasern? Ah, hier sind Fasern. Wo sind die Fasern? Wo sind die Fasern? Mein Geraden. Hier sind richtig viele Fasern. Was kann man denn machen? Ähm, Candy... Ich glaube, ich baue schon alles. Ich baue schon alles. Chill, chill, chill. Chill in my labor, man, Kamerade. Ich kann mir einen Ledersack machen. Einen Doodlesack? Nee, nee, einen Ledersack. Ich war gerade beim Skills Erlernen und ich dachte mir so, das kannst du dir machen? Und dann auf einmal so, ach nee, kannst du doch nicht machen. Geil. So, äh... Hast du auch ein paar Sachen? Ich habe schon wieder alles verkraftet. Jürgen, ernsthaft jetzt da? Ja. Also für... Für Haas? Really? Fürs Haas? Sandfackel, Holzknüppel... Ich glaube, ich höre mir noch... Bogen machen! Mach du einen Bogen, mach du einen Bogen. Ich kümmere mich sonst aus. Nice. Warte mal, was kann ich mir jetzt alles machen? Kann ich mir jetzt einen Bogen machen? Mir fehlt... Mir fehlt Fasern. Mir fehlt Fasern, aber Fasern kriegt man nur mit schnell, wenn man einfach umherläuft. Ich kann mich nicht bewegen, Zubs. Wieso kannst du dich nicht bewegen? Weil ich überladen bin. Hier ist, äh... Dings. Ähm. Du musst... Jürgen, hast du noch ein paar Skate-Punkte? Du kannst dein... Äh... Du kannst Gewicht ausgehen, dann kannst du schon viel mehr tragen. Gewicht, Gewicht, Gewicht. So, jetzt kann ich mir gucken. Okay, ich bin... Ein Level aufgestiegen. 15 herstellen. Ich habe nicht mehr so viel... Ich kann mir einen Bogen machen. Ich habe jetzt einen Bogen. Ich kann nicht hier noch irgendwas. Ich habe gerade eine Waffe gelernt oder so. Ähm. Nice. Ich habe gerade einen Bogen gelernt. Garten-Pool-Foundation? Was lerne ich? Was? Eine Pool... Garten. Ja, Garten-Pool-Foundation. Garten. 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 Okay. Leute. Was habe ich hier noch? Was kann ich noch craften? Simple Bed. Fernrohr. Kompass. Kochtopf kann ich craften. Mehrflächige Flagge. Trainings-Po-Po-Pinsel. Äh. Steinpfeil. Hör auf, bitte, Zobs. Nice. Jetzt habe ich endlich... Jetzt habe ich endlich meine Waffe, mit der man sich auch gegen irgendwelche Viecher nähert. Da ist, da ist ein Holzdinger schon, aber es ist erst ein Level nach mir. Ja, Jürgen, baut die doch... Bringt jetzt meine ganze Zeit das Zeug darüber. Oder so. Ich bin voll. Kann fast gar nicht mehr gehen. Ja, gut, Jürgen. Komm. Ich kann dich auch an... Weißt du was? Ich... Ich bin sehr freundlich, Jürgen. Ich gebe dir... Ich gebe dir einen kleinen Ruck. Dops, ja, auf! Schlag dir gleich, komm dann nieder. Schlag dir gleich, komm dann nieder. Ach, nieder Österreich! Jürgen. Ähm. Achso, kacke. Ich muss kurz Wasser trinken. Wasser trinken. Okay, Leute, jetzt müssen wir sagen, wir kommen voran. Also, wir sind jetzt nicht mehr zumindest die Bläpps, die jetzt durch ein Dings gejagt werden. Nein! Ich bin echt ein Noob. Ich habe gerade eine Plattform durch die andere ersetzt. Der eine ist dadurch kaputt gegangen. Hast du dir gut gemacht, Jürgen. Ich bin überlegen, soll ich mal probieren, so ein richtig fettes Vieh kaputt zu machen? Ja, und geht das nicht dahin platzieren? Was denn? Äh, Jürgen, du weißt schon, dass das einfach nur fürs Aussehen ist. Das ist ein Mod, der es fürs Aussehen macht, weißt du? Das heißt, du kannst so ein... Ah, jetzt, ja. Ich kann es hier plötzlich am Boden machen. Kann man die Türen so hier... Äh, wieder... Kann man das anders... Wir machen es sicher, oder? Ich weiß nicht, ob man das wegmachen kann oder so. Oh, oh. Ja, wenn nicht, ist das jetzt nicht so schlimm. Wir haben... Wir werden sowieso später noch ein besseres Haus bauen. Ich würde mir da oben... Guck mal, da oben siehst du das da? Da oben, dem Baum. Man kann sich solche Plattformen auf Bäumen machen und das wollte ich machen. Okay. Weil man kann sich auch so Seilbahnen machen und ich denke mir, das stelle ich mir übelst geil vor. Aber erst mal hier das. Tops, hast du wieder erst noch... Hast du noch Seil und... Äh, Dings und alles Mögliche? Was für ein Ding? Äh, fürs Spawn. Das hier meinst du? Ja, ja, alles. Ach, Julian. Warum hast du so viel, Tops? Was ist das für ein... Amarena... Holz doch, oder? Habe ich noch Holz? Ich habe noch genug Wolf. Am... 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 Ammer. 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 Warte, warte, es gibt sicher auch irgendwas ähm... mit äh... irgendeinem Fenster, oder? Äh, weiß ich jetzt nicht genau, Jörn. 100 Prozent. Nee. Hast du, ob es kein Fenster gibt? Es wird dunkel, Jörn. Wollen wir vielleicht mal auf Jagd gehen in der Nacht? Tops, nee, war nicht so gut. Probier mal ein bisschen... Oh, lol, warte, da ist hier Holztürrahmen, das Holz, Holztür. Willst du ein Holzteil machen? Oder willst du nachher einfach direkt... Ja, lass uns doch direkt ein Holzteil machen. Ich meine, jetzt haben wir schon mal drei, da können wir auch ordentliche Sachen machen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, welche Dinos jetzt alles zerstören wollen. Oder welche zerstören können. Es ist ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich mache mal wieder Tag, oder? Ja, mache mal wieder Tag. Was ist das? Batser. Äh, Small Crop Plot. Es wurde wieder Licht. Äh, Castle Rank. Äh, Wutendor. Das muss das Level abwählen. Erstmal können wir jetzt nur das haben. Erstmal können wir jetzt nur hier, das ist Stroh. You know? Das ist kacke. Ha? Warte mal. Ich will diese Viecher eigentlich nicht töten. Die sehen einfach voll cute aus, oder? Ich weiß nicht, wie findet ihr die? Ich finde die voll süß. Gibt es da nicht irgendwo ein, äh, Dings hier? Eine Treppe oder so? Gibt es sicher, aber jetzt momentan gerade nicht. Also noch nicht. Ich muss mal kurz gucken. Ich will mal, ich will mal ein Viecher holen. All right. Ähm, was ist das hier? Strohdach. Strohdach. Was ist das hier? Äh, schräges Strohdach, oder? Was ist dann rechts? Ja, was kann ich mir eigentlich alles noch weitermachen? Gibt es noch irgendwas, was ich mich, wo ich mich, blablabla, 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 blablabla. Äh, warte, ich komme, ich gucke es mir ein. Ne, ich glaube, da kann man keinen kleinen, kleinen Parkour machen. Ne, es geht nicht da. Das ist jetzt nichts zu machen. Okay. All right. Steckt irgendwo drin, ne? Oh, ich habe noch eine Plattform, lol. Oh, der Typ, der, der Typ, der, äh, ich habe Hunger. Äh, du musst zum Pilz essen. Dann bist du, wird der kurz komisch, nachher, geht's dir wieder gut. Ja, Jürgen, ich, ich, ich höre nicht auf dich. Weißt du was? Weißt du? Wenn, wenn, wenn man zu mir sagt, ich soll einen komischen Pilz essen, dann bin ich immer abgeneigt davon, weißt du? Okay, so, haben wir jetzt einfach eine Züge, okay? Wir können so einen kleinen Raum machen, schau, 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 weil ich ja noch eine Wand habe. Das ist hier so ein kleiner Raum, hier kann man ausgehen, verstehst du? Ja. Hast du keinen Raum? Ich stehe. Ach, Tops! Was denn? Du hast gerade hin, ja. Was ist denn jetzt schon wieder, Jürgen? Warum schreist du mich an? Ich habe nichts falsch gemacht. Doch, doch, du hast das ins Haus eingekackt. Ja, Jürgen, und? Hast du ja auch uns, Tops. Eigentlich könnten wir auch, glaube ich, direkt aus Steinen bauen, oder, Jürgen? Äh, wenn du Sterne hast, können wir eine Sternbase bauen, aber dann würde ich gleich eine gescheite bauen. Ja, ich würde auch sagen, warte mal, wo, 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 aber lass uns nicht hier bauen. Lass uns, lass uns, lass uns hier, dann ist hier, das ist hier erstmal unsere, professionrische Base. Lassen wir das Sleeping Bag, hast du Leder? Ähm, nee, aber wir könnten jetzt gucken, dass wir uns, äh, Staffen, du machst, kannst du jetzt Sperr machen? Ich habe, äh, Dings, ich... Lär, allein mal Sperr, allein mal Sperr. Habe ich, habe ich, habe ich, warte. Ich habe schon, nee, habe ich noch nicht. Äh, ich kann eine Pistol craften, weil du brauchst irgendwas, glaube ich, oder? Ja, man braucht, glaube ich, viel Zeug, Metall und so weiter. Doch, ich habe eine, oder? Habe ich eine? Doch, ich habe eine. Hey, Jürgen, du hast eine Pistol? Aber das ist wahrscheinlich, Jürgen, das ist, glaube ich, eine Mod-Item. Doch, 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 schau, 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 schau. Das ist eine Mod-Item, Jürgen, glaube ich. Jetzt brauche ich noch, äh, Dings. Jetzt brauche ich noch, ähm, Schuss. Jürgen, das ist eine Mod-Item, oder? Schau, schau, schau. Warte? Ne. Ups. Ja, wieso hast du eine Waffe? Ich habe die erlernt, aber, äh, du brauchst irgendwie Munition. Crafting Station? Warte mal, warte mal, warte mal. I lost you to change some. Ne, Jürgen, das sind nur Tools, das ist für, ach, Jürgen, das ist keine Waffe, das ist was. Du wirst ein Depp, Jürgen, liest auf wenigstens die Sachen durch, wenn du sie dir freitestellst. Okay, dann schmeiß ich den Scheiß weg. Junge, Jürgen, Jürgen, wie unrealistisch. Ein Stroh und dann kriegst du eine Waffe raus. Ja, zups, das ist alles. Jürgen, Jürgen, und nur gestenken ist nicht unbedingt das Beste. Jürgen kann auch nur so weit denken, wie er sich selbst werfen kann. Da, bei dir. Kommst du jetzt? Hast du einen Sperr gemacht schon? Ja, habe ich. Er craftet gerade. So, aber dann. Und ich habe sogar so ein Dings, so eine Sternsteuer da, so da, ja? Naja, ich habe einen Feilenbogen, dann lass uns mal gucken, welches Vieh wir jetzt erledigen. Ein bisschen fernes. Ja, was kleines, was schnell geht. Oder so ein Dodo. Da vorne siehst du es hier an der Vieh? Wo, 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 was, wo? Ne, der sieht, glaube ich, zu groß, Alter. Hier ist so ein Zebra. Ne, das ist ein Zebra. Oder willst du einen großen machen? Ganz großen? Ich will einen großen, ja, ich will eins von... Sicher? Ja. Ne, das ist gerne, das ist gerne. Sicher? Ja, das ist mir gerne. Es ist tot, okay, okay. Erdbeben! Oh, oh. Ah, Erdbeben! Wir... Florian ist wieder aufs Bett ausgestiegen. Nein! Ich hab Leder. 17 Leder hab ich und du? Äh, ich habe... Warte mal. Bö, 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 bö. Äh, ich hab gar kein Leder. Okay, warte kurz. Wie viel Leder braucht man für Schlafsäcke? Ich schau grad, ich schau grad, ich schau grad. Man bräucht... 30, oder? Man bräucht... 25 Leder. Das heißt, es sind vier Dodos und wir haben jetzt noch drei Dodos. Oder was ist das für vier, Johan? Äh... Lass die kleine nach vorne umbringen. Wo bist du? Hier ist wieder Dodo. Hier sind wieder Kristalle. Ich krieg die ganze Kristalle ab. Ne, so viel. Ich hab's gleich, Tops. Einen Schlafsack hab ich gleich. Okay, einen Schlafsack hast du gleich. Ja, mach, dass du zwei hast. Mein Gott. Ihr seht so komisch, dass wir... Willst du das killen? Also, okay. Lass mich hier finischen. So. Nice. Und zack. Äh, 56 Leder. Sollte passen, glaub ich. Ja, doch. Warte. Ich brauch noch Fasern. Kannst du mir Fasern geben? Äh. Ne, kann ich nicht. Aber ich tötte die Schildkröte. Tötest du die Schildkröte? Ja. Äh, die ist ein bisschen... Jörn. Die ist ein bisschen... Weiß ich nicht. An Kopf, an Kopf. Komm. Pass auf, Tops. Nein, Tops, geh weg. Du schiebst uns. Ge weg, ge, 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 ge. Okay, ist so tot. Nein, das heißt, das heißt, das heißt. Easy. So, Haki. Alter, wir sind grad die Jäger aus der Beute. Nein, 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 nein. Oh, ich hab richtig, ich hab 40 rohes Fleischtrufs. Okay, okay, lass uns das. Lass uns das. Lass uns das nach Hause. Das ist ein Bär. Na, das ist da hinten ist ein Bär. So, so, so. So, mit denen sind gestreiften Rücken da. Das musst du aufpassen. Die will ich nicht töten. Die will... Die sind viel zu cute. Komm, 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 komm. Kannst du rück, 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 rück. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Ich will nach Hause. Nach Hause. E-o-e-o. Hab ich mich grad verrannt, oder wo bin ich? Du hast dich verrannt. Äh, ich bin bei unserer Base. Hallo, da vorne. Wups. Warum sieh ich dich nicht? Ah, dolly, jetzt sitz ich auf dich. Weil dein Name verschwindet einfach ab und zu. Ich kann demnächst schauen, dass ich das lerne, äh, von den Dings. Dass wir auf die Bäume bauen können. Ah, jo, lol. Das stimmt, das können wir wirklich mehr machen. Leute, ich weiß jetzt nicht genau, wie findet ihr denn eigentlich so, äh, arg. Also, so, 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 da hingestellt. Zumal die Fackel an, ist es ein bisschen dunkel drin. Wollt ihr mehr davon sehen? Wollt ihr so sagen, ja, macht mal vielleicht das. Warte, warte, warte. Leute, das ist richtig hell, Alter. Und jetzt sieht es immer noch voll hässlich aus. Ich hasse dich trotzdem immer noch, Tups. Ah. Ah, Alter, ist mir heiß. Tups, wir ziehen, nimmt man das an. Feuer entzünden, nice. Das kannst du auch ausmachen. Ja, Jürgen, aber das ist so relativ, hat man, äh, und relativ wenig eigentlich, aber gut. Gibt eine zweite, man könnte eine zweite machen. Hast du, hast du, hast du einen Schlafsack schon gemacht? Bitte mach Schlafsäcke. Ich möchte endlich meinen Schlafsack hier platzieren. Okay, wir haben jetzt gerne das Übersach. Das habe ich unnötig geklappt. Ja, los, mach jetzt, mach jetzt Schlafsäcke, sonst töt ich die. Ja, chill denn mal, mach mal die Tür zu. Ich habe noch Fasern, Tups. Oh, oh, ich habe Stammbild. Du brauchst Fasern? Fasern. Warum hast du keine Fasern? Hier noch Fasern? Da, hier sind Fasern. So, hier, ich höre noch ein paar Fasern. Kannst du ein Lagerfeuer machen? Kannst du ein Lagerfeuer machen, oder so? Ja, kann ich machen. Also mach ein Lagerfeuer unbedingt. Da habe ich es platziert. Können wir das Fleisch gleich braten? Was wollte ich jetzt gecraften? Genau, ein Schlafsack. Eins und zwei. Wo ist das Lagerfeuer? Bin gerade dabei, jetzt muss ich mich zu platzieren. Aber hier ist es hier drin in der Höhle, oder? Ja, ja, mach. Was kann schon passieren, wenn man auf einem Heuboden... Lagerfeuer macht? Egal, das passt schon. Ja, Jörn, du kannst mal ein bisschen Holz rein tun. Du hast ja noch ein bisschen Holz, oder? Platziere du lieber, dann selber. Ja. Komm. So, zack. Easy. Easy. Geh mal weg, Jörn, du stehst mir im Weg. So. Hier. Nice, okay. Von Breitbau, Bob. Ja, nice. Ich kann noch eine Zeit für Schess machen. Jörn, ich kann Jörn seinen Schlafsack einfach entfernen, um ihn zu ärgern. Nein, Tops, das machst du nicht. Oh, oh, mein Fleisch. Mein Fleisch ist Dings. Wo ist das Dings jetzt, Tops? Schnell, 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 schon ist es kaputt, das Fleisch. Da, da ist der Lagerfeuer direkt hinter dir, du Depp. Oh, oh. Du hast wieder aufgehoben. Wow, Tops. Kann man jetzt gut das Zeug, haben wir jetzt Fleisch? Ja, genug Fleisch. Ich hab Hunger, Jörn, bitte. Ich hab Hunger, Jörn, bitte. Mit 40.000 Fleischstoffs. Ja, lass mich dann bitte durch. Tee, nochmal leben. Ich hab Hunger, Jörn, mach mir Essen. Darf ich dich nur von Beeren ändern? Oh, jetzt hab ich irgendwas gegessen, was ich glaub nicht essen sollte. Kann man Steine essen? Und kann ich das nicht mehr entzünden? Weil du, du musst, du musst Holz reintun, Jörn. Und du kannst nicht alles auf einmal reinmachen, du musst auf einmal, äh, nein, du musst so machen. Damit auch das Gebratene rauskommen, äh, reinkommen kann, weißt du? Ah, Jörn, du hast. Alright, ich versteh schon. Oh, machst du jetzt wieder aushobst? Im schlechten Noob. Ah, ja, so ging das. So ging das, so ging das. Bitte, bitte, bitte. Oh, draußen ist es echt dunkel. Ich weiß, Jörn, ich weiß, Jörn hat eine Nase. Irgendwann haben wir ein Steinhaus, ich sag's dir. Geh weg. Jörn, schlag mich doch nicht. Ich hab dich, du bist ins Feuer geraten, ist das sehr leise. Ist das Feuer reingegangen. Oh, ist das wieder tak, Jörn. Oh, warst du ein Wunder? Warst du ein Wunder, Jörn? Der Depp, Alter, schlägt der mich einfach so ins Feuer rein. Jörn, willst du den Krieg mit jemandem, der im Bogen hat, anfangen? Oh, oh. Hä? Hä? Haben wir nicht. Tops, lass jetzt irgendwie ein Baumhaus bauen. Müsstens erst Level Up werden. Wie werden wir Level Up? Ja. Indem wir Viecher kennen. Äh, kennen wir Viecher. Aber wo ist das Baumhaus zählen? Pillar Foundation. Wir können da einen Baum bauen. Jo. Buh, buh, buh. Holzschild. Äh, was kann man hier machen? Oh, Sattel. Ich kann Holzsachen lernen, aber Baum. Holzkäfig. Ein tragbarer Käfig für inhaftieren von Gefangenen. Lol. Ja, wir brauchen aber keinen Holzkäfig, weil wir sind nur zu zweit, Jörn. Dynamik Woodpillar. Double Door Frame. Lol, Double Door. Double, Double Time. Stimulant ziehen. Ähm. War keine Leiter aus Holz bauen. Okay. Ich kann Cement machen. Äh. Buh, 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 buh. Holzbarrikade. Hm, 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 hm. Ich kann erst eine Leiter. Da ist das Holzding. Ich muss noch ein Level ab. Dann habe ich das Holz. Ah, das Baum. Ich bin 12. Sicher, dass das das Baumding ist? Ab Level 13 und 14 kann man das Baumding bauen. Sicher? Ja, das ist das Baumding. 100%. Okay, keine Ahnung. Ich denke mal. Doch, soll schon das Baumding sein. Ja, ihr müsst wissen, wenn ihr denkt, der kommt meistens nicht. Schreibt es gleich aus. Warte mal, wie viel kann ich noch nicht gemacht? Sorry, 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 sorry. Das wollte ich nicht, Tups. Dann würde ich eigentlich mal sagen hier. Dann. Tups. Dann würde ich jetzt mal sagen, das war es für den Feuer, äh, Tups. Auch hört es auf. Oh, ich habe den Kopf getroffen. Deine Ebene. Alter, die Pfeile sind ja voll langsam. Tups. Ja? Okay, wir müssen jetzt die Folge beenden, Tups. Ja, wir müssen jetzt die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall Daumen nach oben. Eine Daumen nach oben. Ja, da, schlau. Ciao. 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 Ich içi' nouvelle. Ich teide- Ich memorized das Paw ashgadeszt. Ja? Ja. Ja? Ja? Bis zum nächsten Mal.